Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Keep Talking Hanger TZ Exploded oder was sagen Sie dazu? Ja also ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt. Habe ich mir schon irgendwo gedacht. Ja siehst du dann sind wir uns ja schon mal einig. Der erste und letzte Punkt für heute. Ja. Denn wollen wir starten. Wir haben immer noch die heiß beliebte Multitasker 4-4. Ja extra für Männer gemacht. Ein Fluch, der Fluch aller Männer. Und wie wir sehen hat die Powerbrit das in der Topzeit hingeliebt. Ja mit einer Sekunde oder was? Nehmen wir zwei. Irgendwas war schon nicht heck. Gut die Bombe liegt vor mir. Wir haben wieder Symbole. Und es geht los. Okay mit Symbole. Okay ich bin da. Okay dann starten wir mal. Das war dann mal. Okay wir haben einmal das P-Zeichen. Ja. Denn die 6. Ja. Ungedrehte Fragezeichen. Ja. Und 2D. Denn die 6. Ja. Denn das P-Enter-Ding da. Ja. Denn Fragezeichen. Und es ist meistens. Oh wir aktuell gehen jetzt. Geht das gar schnell los. P-P-P-P-P-P-P. Ja. Warte. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Hast du diese Hebeldinger da? Ja. Man kann das schon vorher loslassen. Das finde ich ganz praktisch. Danach habe Pamela oder Passworte da? Kannst du das raus кauchen? Mal gucken wo ich als erstes bin. Was haben wir denn hier? panele bin ich als erstes okay die ersten drei sind schwarz gesagt okay also das erste schwarze zweite schwarze ist auf c gut das dritte schwarze ist auf b das auch erste blaue auf b ja erste rote auf b nein ablassen ihr kopf ich scheiße diesmal nicht baby sagt dass sie ja und rot hast du ja genau wir denken dass wir gasten okay dann haben wir das zweite blaue auf a ja zweite rote auf b na ja 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 okay dann haben wir das vierte schwarze auf c ja und das dritte blaue auf b ja ja du kannst weiter gas weg hier aber spannend ja also wenn ich und konzentriert werde weil mir riecht das kraftvoll nach grill also ist denn entschuldigt ja auch noch grill gleich wenn du dich das hier ist okay panele sind weg pass mal da okay denn jetzt immer die ersten buchstaben da habe ein w ja ein h ja ein c ja ein weg war der gas du musst warten ich muss noch gas ablassen ja ja ich kann in der zeit ja sonst auch gas ablassen der war jahren also b hc h are it milan n m oder n n n wie nennt sie wie dori einfach vor und durch muss man kurz ob man hier bedeutet jetzt auch jetzt oder bei drei sekunden okay rückseite haben wir ein wieder einen nennt sie ein gustav ja ein konrad ein christian ja und diese gut informieren da hat sich wohl einer von ihm selbst auslösen selbstständig gemacht habe doch beide gemacht aber habt ihr auf den vorderen nicht mehr geachtet weil der so schön sichtbar ist die offensichtlichen die auf die achtet man nicht das ist aber ich war so auf die wörter konzentriert jetzt na gut ein retry geht immer also falls du gleich passwörter hast dann machen wir die gleich wir brauchen nicht hoch und runter ich glaube da war noch am meisten zeit weil bis die bomben starten das dauert ja mal moment ja passwörter ein j ja ein k ja ein t ja ein a ja und ein u das auch noch ok j hat mir okay hätten aber ein b ja die e-mail okay ja luise ja eine beta ja ein gas ablassen eine fall kann ich hab noch alle auf der rückseite aber dann habe ich keine offensichtlichen hier ja dann sollte das ja funktionieren außer die bombe gericht gleich um bei bertha waren wir jetzt haben wir ein michael ein papa herr ein herrmann ein herrmann okay okay alles klar denn waren es ist ja dieses jetzt wird zu dir diesmal war nichts und ich verarschen aber nichts falsch event gas heißt doch gas ablassen ja das andere wäre die frage ist ja jubel explodiert oder irgendwie sowas egal wie pass wird denn so rein zufällig ja das schild ach das aber die haben wirklich hier steht wenn gas und die zwei verschiedene ja wenn gas und explodiert irgendwas mit okay okay ein michael ja ein gute gute ja wie gesagt eine gute ja ich habe schon mal ein kuh ja und dann habe ich immer gas ja aber da 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 oder muss ich das komplett und da wollen wir wollen dass das klappt nicht mal nicht wieder so ein kuh hatte ich gesagt ein schulz ja eine doré ja bei dem hier ja bei hermann ja bei niochen und das war's okay dann gucken wir mal ein kühlen wir mal ein kuhlisch mehr im m3 und das ist es gibt wir mal ein kuhlisch mehr und ich glaube ich habe die kaffee noch ein geklapp und ich habe das an der kaufee noch ein kaufee und ich habe das an der kaufee mit anderen kaufee und der kaufee und der fährd und der kaufee und der kaufee ist Kannst du World machen? W-O-R-L-D? Den O hab ich nicht. Du hast kein O als weißes O. Ok, dann versuchen wir das mal mit where. W-H-E-R-E Rücken sehen. Nee. Auch nicht? Bei Weitem hab ich nur blöde Buchstaben. S hab ich da gesehen. J. Hast du als zweites ein R? Ich hab als zweites ein W, ein E. Geht das? W-E, nee. Auf jeden Fall kein R. Auch kein R. Ja. Hast du als zweites ein H? Ja. Ok. Kannst du denn Witch sonst machen? I-C-H denn noch? Ja. Das sollte gehen. Alles klar. Die Hexe war's. Die Hexe. Genau. Weil sonst wären wir jetzt die Mioti wird aus Riga. Ja, das stimmt. Weil ich hab auch schon... Mach ein bisschen Gas hier. Da-da-da-da. Wenn man die... Ich glaub das reicht auch so schon, ohne dass man hier die ganze Zeit noch etwas anderes machen muss. Bin hier ja schon voll ins Ausgelassert. Oh, wir haben das eine Bündel. Wir machen Labyrinth. Äh ok. okay ein weißer bobel also machen wir das andere der erste ist zweiter von links dritte reihe rechts schuldigung okay zweiter von rechts dann ja andere ist dritter von rechts ganz unten ja habe ich okay mein bürttel ist oberste reihe irgendwo war dann mal kurz umdreht genau dritter oben rechts oben dritter von rechts ja das dreieck ist weiter von links dritte reihe also direkt im kreis denn deines von rechts das dreieck ist von links zweiter dritte reihe von links ach so ok denn gehst du nach einmal nach rechts ja einmal runter ja ganz nach links ja ein runter ja ein dach scheiß das war falsch einmal links zurück okay ach jetzt bin ich doch nicht mal durch die zeit explodiert das wollte ich eigentlich doch das gas aber du hattest ja gesagt ganz nach links ein runter und dann nach rechts da war ich ja schon da also das hatte gepasst und wir hätten auch noch 17 Sekunden zum symbole gehabt also na dann das hätten wir noch geschafft zumal die auf der rückseite waren alle also diesmal hatte ich komplett alles auf der rückseite ok so wie es aussieht wie diese bombe immer mal offline modus sonst haben wir wirklich 20 folgen mit dem ist hier gut gut nummer 3 ok ich bin dann bei den symbolen ich denke mal die module werden ja gleich bleiben ja und wieder auf eine falsche seite und ja wir haben da zwei ach da passwörter das ja symbole haben wir einmal den lolli ja das c mit punkt umgedreht ja das arme ja gekringelte h ok denn lolli ja das h und erzieht ok dann haben wir aber hier drin ok bin am start der erste ist oben links zweiter ja und der zweite ist ganz unten links zweiter ja was das zweite also zweiter von links denn ach so ja das dreieck ist ganz rechts vor letzter reihe rechts und meine drittel ist eine reihe drüber der dritte von links ja gut ob ich dich jetzt richtig verstanden habe weil sie nicht also die beiden punkte sind übereinander ja das das habe ich ja in der zweiten reihe von unten also vorletzte reihe ganz rechts an der wand ganz rechts an der wand ok habe ich eine reihe drüber dritter von links ok dann gehst du jetzt ein links ein runter jetzt wegen dem labyrinth gerade oder ja denke ich mal aber weiß man ja nie so genau hier bei meinen und die tastern hier aber wir werden es nie erfahren ja das spiel okay es läuft aber diesmal haben wir zumindest haben wir zweimal zwei dinge auf eine gute wischung wir werden ja genau jetzt starten wir das wieder meine erste dittel dittel ist dritte reihe weiter von rechts dritte reihe von rechts ja mein letzter ist dritter von rechts ok ein weißer punkt ist die reihe ganz links von oben ja ok und ein dreier kann ich hier sofort sagen wenn er sich mal hier ein dreieck ist vorletzte reihe also quasi von unten ja und dann zweiter von links ok dann gehst du jetzt einmal rechts ein weiter nach rechts ein runter zwei rechts ja ein runter ja und links zum dreck gut symbole oder ich bin bei symbole jetzt gut dann haben wir einmal die sechs wieder ja dann habe ich gleich explodieren wieder er passt genau auf der falschen seite noch ok da haben wir diese ja ohne leuchter ja ja logisch aber das brauchst du mich doch die fragen so und das kaputte raute zeichen ok dann hast du die sechs da frage mich ernsthaft auch nicht explodieren will der arsch ich habe das spiel ja ich kann sagen man soll ja nichts anderes als sonst vorher vielleicht noch drei minuten ich habe als wir werde nicht an zeiten angestellten was man sagt ok wir haben ein richard ja eine nennt sie ja ein emil ja ein billi ein billi ein papa ja mein kornrad ich glaube das ist es gewesen sein du wicke aber der fand sogar verschiedene sachen der rückseite kann ich dir in einer sekunde sorgen da alles auf dem falschen das ist wir haben auf jeden fall ein jochen ja und ein billi wieder ein hermann ja muster ist auch wieder dabei und eine mama ok was war jetzt nackt moment also ich muss muss verdrehen ja nach g war ein ein emil ok 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 das er ist ja 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 aber gehört diese ganzen wörter hast du als zweites ein l aber ein ha ja und haben diese ganzen wörter w h e r e ich hab ich da guck mal wer habe ich doch jetzt mal auch schon mit gehört ja genau jetzt war ich nicht auch bei den ganzen weh wird denn wieder weil alle anderen konnte ich streiten die fuße du blöde kuh der fuße ich weiß ich dich mal jetzt die bohren das ist nämlich weil ich weiß weil ich muss die tats um meine ganzen gaslinger man schon wieder alle roten bereich ja dann hast du es ja endlich geschafft dann können wir heute ja wieder gut unsere folge beenden ja mit einer folge ich hab das spannende gemacht so wie bei den englischen wörtern ja die ganzen mysteriösen explosionen hier da haben wir auch spannend gemacht ja das war sogar mir ansparen das war schon verzweifelt spannend wir sind immer genauso überrascht ja genau also seine titel selbst und man sieht die anderen titel quasi immer nur wenn sie halt eben abgespeichert sind auslassen wir ganz blöde titel denn wird natürlich darum gekämpft wenn irgendwelche blöden kommentare oder beziehungsweise hatte in den spiel fallen dann vielleicht umgekloppt dass man das den titel mitverwenden möchte aber ja genau wirklich so dass so preis der preis da würde ich dann mal sagen vielen dank fürs zusehen immerhin konnten wir das ja auch noch positiv beenden die bombe los danach hast du ja die englisch bombe ja bei mir ist ja nicht so schlimm und ich kann kein englisch also von da wir kriegen was mit buchstabieren nicht so ganz gut hin mit unseren englischen werden das passt denn auch sehr gut und dumm dass man die w passwörter waren ja also es war jetzt immer wirklich eigentlich immer das w und w ist immer das meiste ich glaube da hast du fünf oder sechs wörter von aber in dem fall hat uns ja den arsch gerettet ja genau da haben wir alle w-wörter durchgegangen sind ach mensch 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 dann sind wir ja ja danke so dann hast du deinen multitasking geknackt deine angst vom letzten mal ok jetzt werden wir wirklich alles gelaber hier und wünschen euch noch einen schönen tag die daumen sind oben den rest brauchen wir nicht bis denn genau tschau tschau